Moody's Wusblows. Nääää, was ist aus hier? Jokous! Oh scheiße, wir sind beide klein, gell? Ach, hier gibt's Kirschen. Warte kurz. Ja. Stampfen auf der anderen Seite. Okay. Also ich dachte, wir werden beide zusammen stampfen, aber ich glaube, das macht keinen Unterschied, gell? Richtig. Okay. Nee, aber dann kann man nämlich die Dinger entdecken. Boah, jetzt... Aber egal, wir sind zu viert, wir haben Verstärkung. Richtig, das ist fast so, als wären wir groß, weil so haben wir auch zwei Leben im Prinzip. Mal gucken. Ach du Scheiße, was ist das denn? Fett. Das ist voll riesig. Das ist Fett. Du Hackierschen. Das war ungünstig. Na komm schon. Oh nein, ich bin auch so. Du musst auf ihn draufsteigen. Da oben ist er. Ja. Na, das ist ein Problem. Na, das ist richtig. So, jetzt aber. So, jetzt müssen wir wieder warten. Wieder wieder fett. Aber diese kleinen Schleimdinger, die sind egal, ne? Ganz egal, ja. Oh, ich sehe nichts. Okay. So, jetzt bin ich. So, jetzt bin ich. Ich hab dir eine Peach geklaut. Man, du hast mal eine Peach wieder geklaut. Ich wollte nur in die Röhre rein, ey. Jetzt hab ich die Ruhe gezogen. Du musst mir in Ruhe, also einer weiß ich. Oh, so eine Scheiße, ey. Ready? Jawoll! Stimmt, muss er mal einer schaffen, ne? Ja. Vigi!